Ihr wartet ja jetzt auf euren Lieblingsschauspieler. Freut ihr euch denn schon? Ja. Was findet ihr denn so besonders an ihm? Der sieht ganz gut aus und irgendwie hat er was. Habt ihr denn noch Karten bekommen heute für die Filmpremiere? Nee, da gehen wir heute leider nicht hin. Was würdest du ihn denn fragen, wenn du jetzt Zeit hättest und dürftest ihm eine Frage stellen? Wie es denn denn so geht? Matthias Schweighöfer kommt ja heute zur Filmpremiere What a Man. Freut ihr euch denn schon? Das wusste ich gar nicht. Doch, wir freuen uns total. Das wird bestimmt gut. Wie lange seid ihr denn schon hier und wartet? Also wir waren die Ersten. Ja, das muss man echt betonen. Wir hatten noch ein Zeich, halb sieben. Wenn ihr ihn jetzt irgendwas fragen dürftet, so spontan, was würdet ihr Matthias Schweighöfer fragen? Dürfen wir mit rein? Oder sowas. Das ist ja dann spontan, deshalb kann man das jetzt nicht planen. Wir haben noch keine Karten nachher für die Filmpremiere. Leider nicht. Hast du noch welche für uns? Nö. Nö. Gleich kommt ja Matthias Schweighöfer. Was findet ihr denn so toll an ihm? Ja, seine Filme natürlich. Schauspieler. Und habt ihr ihn schon mal getroffen? Das wäre das erste Mal. Aber Karten habt ihr jetzt keine für heute Abend? Doch. Das freut euch wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall. Wenn ihr eben jetzt eine Frage stellen dürftet, so ganz spontan, was würdet ihr denn fragen? Gott. Fällt mir spontan jetzt nichts ein. Ne, mir auch nicht. Jetzt ganz spontan. Gott, ja. Vielen Dank.